Uwe, wann wiederholen wir eigentlich das, was wir im Juni 2007 so schön gemeinsam auf Mallorca gemacht haben? Ich finde, es wäre dringend Zeit. Der Winter ist viel zu lang. Miriam, du musst daran denken, dass meine Frau das vielleicht auch sieht, was wir jetzt hier gerade machen. Die Antwort ist, ich hoffe, so schnell es geht, so bald wie möglich.